Foodbank, I love food and I know that you love food too. This video will be in German so please activate this subtitle in YouTube. Okay los geht's, heute war ich bei Kochlöffel. Vielleicht kennen das nicht viele von euch. Das ist so wie McDonalds oder Burger King nur kleiner. Oft findet man die in kleineren Städten. Und ja ich habe drei Sachen dabei hier. Einmal so Crossies, Nuggets mit Cornflakes, Banade, dann Aktionsburger mit Kräuterbutter oder Steakhouse Butter. Und den normalen Hamburger. Beide habe ich gepimpt mit Bacon. Und check mir mal aus wie gut ein Kochlöffel ist. Los geht's. Die habe ich noch nie probiert. Wir waren als Teenager ab und zu bei Kochlöffeln, aber relativ selten. Ein bisschen trocken. Aber dafür gibt es ja Soße, Asia Soße. Riecht schön süßere mäßig. Definitiv besser. Kein Überflieger, aber auch nicht ganz verkehrt. Ich gebe den hier 52 Punkte. Check mir den original Hamburger aus. Bacon. Sieht nicht so überragend aus. Dann hier ein bisschen Zwiebel. Hier die Gewürzgurken. Senfketchup. Sesame Bun. Wow. Besser als ich dachte. Das ist irgendwie so ein Mix zwischen McDonalds und Burger King. Das ist beide wie Burger King. Der Rest wie McDonalds. Besser als die Nuggets. Besser als die Nuggets. Ich gebe dem Hamburger vom Kochlöffel 67 Punkte. Wirklich besser als ich dachte. Und dann der Aktionsburger Steakhouse Burger. Masse ich Salat drauf. Das Paddy. Irgendwie Kräuterbutter. Ich glaube den Bacon haben sie bei dem vergessen. Naja egal. Ich werde mich auf die Nuggets mitnehmen. Das ist der Nuggets. Ich hab mich angegriffen. Also ein Kineglock. Ich hab mich nicht mehr als ich für mich. Ich hab mich nicht gewrahlt. Ich hab mich geschenkt. Um. Also ein Kineglock. Er ist ein Kineglock. Ich habe diese Nuggets von Kineglocken. Ein Kineglocken. Ich kann mich an Kräuterbutter auf Burger, aber ich soll die gewöhnen. Kein Dream Team, würde ich sagen. Der McDonalds-Deutscher Burger hat auch Kräuterbutter und ja, für mich passt das nicht so richtig zusammen. Deswegen würde ich diesem Burger 51 Punkte geben. Essen wir nochmal einen von diesen Grossies hier. Leute, das war's. Ich esse später weiter. Heute habt ihr mal was gesehen von einem kleineren Spiel da im Fast Food Spiel. Und ja, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr in kleineren Städten seid, haltet eure Augen offen. Die haben auch Hühnchen. Hühnchen ist so mit das beliebteste. Also ein halbes Hühnchen zum Beispiel. Und dann kannst du es. Und die Pommes sind wirklich nicht schlecht bei kochen. Dafür haben sie so eine spezielle Gewürzmischung. Also ich hoffe ihr machte das Video. Und jetzt kommt mein Outro. Comment, Like, Like, Subscribe. Of course to my channel. See ya.